Daniel, du hast frei. Du kannst so viel Scheiße mit dem Video machen, Alter. Leute, klatschen immer an ihren Videos, um professionell zu wirken, zum Anfang zu synchronisieren. Ich bin noch nicht professionell, noch bekannt, noch gut, deshalb klatsche ich trotzdem, weil es irgendwie gut ist. Hi. Hi. Willkommen zurück zu einer neuen Runde. Loll, mit dem Daniel in der Mitte. Und mit mir als superguten Jungler, der 100% jetzt hacken wird, nachdem mein letztes Game gecarried hat. Übrigens, letztes Game, wir wollten aufnehmen, kleine Problemschilderung meinerseits. Ich war auf dem Töpfchen, musste richtig hart pullern. Und war da halt so gange, wie man das halt so macht, wenn man aufs Klo geht, ne? Ah, unsere Sieve hat keinen Stuhl. Cool. Und ich hatte Stuhl. Nein! Nicht so auf dem... Das war so... Ähm, und... Habe auf dem Klo gehört, hab halt gepullert. Und... Denken wir nichts dabei, auf einmal war der Dahl weg. Sound war weg. Was geht denn jetzt ab? Wollte die Aufnahme starten, mein Sound war weg. Ich habe keinen Sound gehabt. Ich habe im Dahl als reden können. Denn... Irgendwann... Discord... Und generell, mein Computer hat irgendwie, glaube ich, alle meine Audio-Dateien einfach weggeschmissen. Hat sich gedacht, so die brauchen wir nicht mehr. Ja... Dann habt ihr halt eben das Gameplay gesehen, wie ich gecarried hab. Aber... Ja... Wieso, wie es jetzt wahrscheinlich Gott will, werde ich dieses Game richtig rein nuben. Also... Enjoy! Jawoll! Pace Might! Geil! Da kannst du zu mir kommen, bitte! Da kannst du bitte zu mir kommen! Oh noll! Oh, ich hätte nicht queuen sollen. Ich hätte nicht queuen sollen. Ja, ich bin tot, weil ich... Ja, guck! Und das sag ich ja! Letztes Rund... Oh, ich bin so triggert! Hast du den Sidestep gerade gesehen? Hast du den Sidestep gesehen? Ich kann doch Sidestepen! Mann mit heroisch langen Haaren! Aus meinem Freundeskreis, siehst du, ich kann Sidestepen! Wow! Und das Failflay vorher, das kannst du dir sparen, kannst du euch dafür später noch ankacken. Themenwechsel! Interessante Sachen! Wie zum Beispiel... Master Yi ist meiner Meinung nach der... Ja? Ich fertig? Ja, ich muss ganz kurz... Der... Agilste, Fregilste und schönst designteste Champion in League of Legends. Aber... Man muss halt wissen, wie man die Queue einsetzt. Das, was halt... Dazu neigt... Oh, ich erwähne, ich bin tot. Ich bin ebenfalls tot. Ah, fuck off. Ja, ich bin heute richtig gut in diesem Spiel. Ich bin so kacke. Auf jeden Fall. Und... Wir hätten nix letztes Game nehmen sollen! Oh, ich hab geflasht. Das war aber dumm, dass ich geflasht hab. Das war ein Panikflash. Bitte, Daniel. Schneide den Flash raus. Heute für euch... Euch ist nicht mein Heute, was ich heute habe. Aber die größte Ehre in meinem Leben. Das musst du bitte reinschneiden. Das musst du... Die größte Ehre wäre Kucha. Kucha von die Spandauer Entfernung. Der einzig wahre Lifestyler. Die Person, nach der ich mein Leben ausgerichtet habe, kennenzulernen. Ich glaube, es hat keine Person so viel Einfluss auf mein Verhalten wie dieser. Er ist einfach eine Legende. Einfach... 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 Er ist einfach Kucha. Kucha ist... Einfach... Ja... 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 Jetzt mach mal was! Jetzt bist du dran! Zeig, was du kannst! Er ist auf die Luft! Ja, 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 ich bin konzentriert! Ja! Auto-Attack-Properation. Ja, zu meinem... Zu meinem... Zu meinem... Hormonausstoß. Zu meinem Glücksempfinden. Zu meiner sexuellen Erregung. Was? Ah! Ah! Es ist angenehm! Du kannst den Blumen, ob der übrig ist. Ah! 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 Ich hab nicht gesitzt. Eieieieiei! Ich hab auch was gedocht! Hab's doch auch gemacht? Guck! Ja, Leute! Seht ihr? Ich bin eigentlich wie Daniel Diamond... High Elo... High... 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 High Elo Diamond Spieler. High Rank Diamond Spieler. Sprachenlernen Bubble. Ähm... Ja. Das ist jetzt sehr belastend. Ah... Ja... Ich bin irgendwie nicht... Da... Doch gestorben. Das ist ja nicht zu unserer Hilfe. Alter, Daniel triggert mich richtig hart, gell? Du bist ja auch gestorben. So, hier schneid ich jetzt nochmal deinen Tod rein. Oh, mein Herr jetzt, Vorleid. Jetzt reicht's mir aber hier. Ja! Ja! Nein! Ich fliege! Ich kann fliegen! Yay! Nils Holgersson! Nils Holgersson! Nils Holgersson! Mann mit heroisch langen Haaren! Denkst du, ich kann die Fiora besiegen? Ja oder nein? Ich denke nicht, aber ich probier's trotzdem! Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hallo, Fiora! Hallo! Okay, sie... Oh, jetzt schon ein Item! Oh, oh! Oh! Und da war die Q! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Ja! Ja, Leute! Das, meine Freunde, ist Qualität! Diamond! Nein! Was babbel ich Diamond? Das ist schon Silber! Alter, wie ich das gewusst hab, dass sie da mich stechen will! Aber ich sag, nein! Papier ist stärker als eine Klinge und somit habe ich... Nein, das gibt gar keinen Sinn! Oh, okay! Doch kein Papier! Eine... Klinge... Meine Klinge ist einfach stärker als Fioras Klinge! Ah, das ist zu viel! Ah, das ist zu viel! Q! Da lebt nur noch welche! Da leben noch ein paar! Triple kill! Ah, schon wieder kein Panther! Mano! Mir hat grad mein Finger weh getan, weil ich so hart auf die Q-Taste gedrückt hab, weil ich wollte raus! War dann die Fiora einfach so geil auf mich? Weil du... Einfach ein sehr attraktiver junger Mann bist mit diesem Skin! Und generell auch... Man halt die Finger nicht von dir lassen kann! Seid doch froh! Ha! GAY! Sonst gibt's immer Leute, die fragen mich, warum ich noch so Single bin! Keine Ahnung! Ich würde mal sagen... Weil mich einfach keiner haben möchte! Ja... Ich glaube ich spiele ein bisschen A-Raum! Das wär' echt der Pettackeel gewesen, gell, du A-A-M! Hey, ich hab'n Quartra-Kill! So, dann, ähm, ja. Ich wünsch' euch noch einen schönen Abend, Tag, Mittag, je nachdem wie das Video hochkommt. Ähm, wir sehen uns. Zum Abschnitt sage ich Schleisezylinder-Kopfdichtung in dem Sinne. Ciao. Eieieiiieieiei... Eieieieieie... Eieieieiei... Eeee- Eieieieiei... Eieieieieieieie... 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 Eieieieieie... Eieieieieieieie... Mann, meinen Schlamm auch ein bisschen krall ist.